Die EFD-Grundtechnik Führen Sie allerdings die Behandlung schwerer seelischer Traumeln nur in Begleitung eines erfahrenen Therapeuten durch und holen Sie sich Hilfe bei medizinisch geschulten Fachleuten, wenn Sie vermuten oder wissen, dass Sie ernstlich körperlich krank sind. Als erstes formulieren Sie bitte Ihr Problem in kurzen, prägnanten Worten. Je präziser Sie Ihre Problematik formulieren, umso besser kann EFD werden. Beispiele für die Problemdefinition wären etwa Als Beispiel für die folgende EFD-Einführung werde ich den Problemsatz »Mein Stress wegen der vielen Arbeit« verwenden. Wenn Sie Ihr Thema festgelegt haben, ist es wichtig, die aktuelle Belastung durch dieses Problem auf einer Skala von 0 bis 10 einzuwerten. 0 bedeutet überhaupt keine Beschwerden zu haben und 10 steht für die höchstmögliche Stärke, die Sie davon kennen. Unser Problembeispiel »Mein Stress wegen der vielen Arbeit« wäre jetzt auf einer Skala von 0 bis 10 einzuwerten. Eine jede EFD-Behandlung beginnt als Overtüre mit dem allgemeinen EFD-Setup. Wir klopfen die Handkante und sagen den Satz »Ich akzeptiere mich, so wie ich bin« oder wenn Sie möchten »Ich liebe und akzeptiere mich, so wie ich bin«. Und danach sagen Sie Ihr Thema, zum Beispiel »Auch, wenn ich wegen der vielen Arbeit echt im Stress bin«. Und dieses ganze Satzgebilde wiederholen wir noch zweimal, sodass es insgesamt dreimal gesagt wurde. Also »Ich akzeptiere mich, so wie ich bin, auch wenn ich wegen der vielen Arbeit echt im Stress bin.« Nun klopfen wir die folgenden Meridianpunkte von oben nach unten systematisch durch. Dabei ist es jetzt unwichtig, welche Hand wir verwenden oder auf welcher Körperseite wir klopfen. Die Punkte sind »Kronenpunkt« »Mein Stress wegen der vielen Arbeit«. Beginn der Augenbraue, dieser Stress. Seitlich des Auges am Knochenrand, dieser Stress. Unter dem Auge auf dem Jochbein, dieser Stress. Unter der Nase, dieser Stress. Unter der Unterlippe, dieser Stress. Am Schlüsselbeinende mit der flachen Hand geklopft, dieser Stress. Seitlich mittig am Torso, dieser Stress. Unter der Brust, dieser Stress. Am Daumen Nagelfalz, Hand locker vor sich halten und den Nagelfalz auf der zugewandten Seite klopfen. Nagelfalzzeigefinger, dieser Stress. Nagelfalz, mittelfinger, dieser Stress. Der Ringfinger wird ausgelassen. Nagelfalz, kleiner Finger, dieser Stress. Karatepunkt, dieser Stress. Alternativ zu den Finger- und Handpunkten, können wir auch die Innenseite des Handgelenks mit der flachen Hand klopfen. Dieser Stress. Nach der ersten Runde schließen wir die neuen Gamut-Prozedur an. Sie hilft, Belastungsreste zu lösen und synchronisiert die beiden Gehirnhälften neu. Sie kann bei Bedarf angewandt werden oder routinemäßig zwischen den beiden EFT-Runden. Wir klopfen die Rille zwischen den Mittelhandknochen des Kleinfingers und des Ringfingers kontinuierlich. Während wir die folgende, vielleicht etwas merkwürdige Prozedur durchführen. Zuerst sagen wir unseren Problemsatz noch einmal, dieser Stress. Wir machen die Augen zu und wieder auf. Wir schauen scharf nach rechts unten und scharf nach links unten, ohne den Kopf dabei zu bewegen. Wir ziehen einen großen Kreis mit den Augen im Uhrzeigersinn und zurück gegen den Uhrzeigersinn. Wir suchen etwa zwei Sekunden irgendeine Melodie. Wir erzählen etwa eine Sekunde beliebig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wir suchen noch einmal etwa zwei Sekunden eine Melodie. Nun klopfen wir die gesamte Abfolge vom Kronpunkt beginnend noch einmal durch. Hier in der Anleitung gehe ich diesmal die Punkte etwas schneller durch. Wenn Sie für sich klopfen, behalten Sie natürlich Ihre eigene Geschwindigkeit bei. Kronenpunkt Mein Stress wegen der vielen Arbeit Beginn der Augenbraue Dieser Stress Seitlich des Auges am Knochenrand Dieser Stress Unter dem Auge auf dem Jochbein Dieser Stress Unter der Nase Dieser Stress Unter der Unterlippe Dieser Stress Schlüsselbeinende mit der flachen Hand Dieser Stress Seitlich mittig am Torso Dieser Stress Unter der Brust Dieser Stress Hand locker vor sich Daumen Nagelpfalz Dieser Stress Nagelpfalz Zeigefinger Dieser Stress Nagelpfalz Mittelfinger Dieser Stress Nagelpfalz Kleinerfinger Dieser Stress Karate Punkt Dieser Stress Und wie Sie wissen, alternativ zu den Finger- und Handpunkten HandgelenkInnen Dieser Stress Jetzt werten wir unsere subjektive Belastung durch das Problem Im Beispiel Mein Stress wegen der vielen Arbeit Erneut auf einer Skala von 0 bis 10 ein Wo steht der Belastungswert jetzt? Dieser Bonus-Track EFT-Grundtechnik Wurde unserem Selbsthilfeset Borrowing Benefits entnommen Dieses DVD-Set enthält 10 vollständige EFT-Sitzungen Mit unterschiedlichen Themen Wie Höhenangst Tinnitus Ärger auf die Schwiegereltern Prüfungsangst Schokoladensucht Und andere Zum Anschauen Und mit Klopfen Diese Sitzungen geben einen Einblick In die therapeutische Anwendung von EFT Und können auch als einfaches Selbsthilfeinstrument genutzt werden Da man die EFT-Technik vorher nicht zu kennen braucht Für erfahrene EFT-Therapeuten gibt es auch ein Lehrfilmpaket Zu fortgeschrittenen EFT-Techniken im Profibereich Sie erhalten diese EFT-Sitz über unsere Website oder via Amazon So bedanken wir Ihnen fürs Zuschauen Und wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag Demonstration Demonstration Untertitelung des ZDF, 2020